Der neue Hotspot in Leonberg, das IMAX-Kino. Das liegt nicht nur am neuen James Bond, sondern an der größten Kinobildwand der Welt. Die Besucher erwartet hier Filmgenuss im rekordverdächtigen XXL-Format. Im ersten Sinne sind wir natürlich sehr stolz drauf, dass sie hier ist. Wir werden 10 bis 14 Tage ins Guinness-Wood-Rekorde eingehen. Natürlich für uns als Familienunternehmen und vor allem auch als Schwaben was Besonderes, wo wir uns sehr freuen. Zwei Laserprojektoren bringen das Bild auf die Riesenwand. Und die ist 22 Meter hoch und 38 Meter breit. Ungefähr wie zwei Einfamilienhäuser. Also Spitze, ein bisschen extra von Ulm so hergefahren und so. Also absolut perfekt. Ich muss echt sagen, genial und es lohnt sich. Und ich kann stolz darauf sein, dass die größte Lehmann der Welt bei uns steht. Der ganze Saal war wie ein Stadion eigentlich. Das war schon heftig auf jeden Fall. Als wäre man im Film drin. Also das ist echt unglaublich. Ich fand's wirklich Hammer, weil das ist so riesig und der Sound. Selbst aus China kommen schon Ticketanfragen. Die Betreiber hoffen auf viele Premieren und Blockbuster. Die Aussichten darauf sind bestimmt gut.